Jan, Strom! Wie oft soll ich es dir denn noch sagen, Junge? Die Leute brauchen das Teil. Du bist und bleibst ein Dickkopf. Regis hatte schon recht. Hör zu, unsere Ressourcen sind begrenzt. So einen Stromfresser können wir hier einfach nicht betreiben. Unsere Prioritäten in Kaim liegen woanders. Wir müssen uns erst um das Dock und die Felder kümmern, ehe wir an Maschinen denken können. Und das von dir. Hätte deine Waffe damals an der Front nicht den Geist aufgegeben, wärst du nicht verletzt worden. Diese Maschine ist keine Spielerei. Sie rettet Leben. Die Fotos von dir kommen unheimlich gut an, glaub mir. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Deили wir einen republicen, Jalz Basel oder Ressourcen verl faux. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Hände im Momentiler. Entspüren. Passen Sie gut auf sich auf. Passen Sie gut 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 auf.